Versandhülse dreieckig mit Steckverschluss für verschiedene Längen und DIN Formate. Die Verpackung besteht aus Wellpappe und wird flach und platzspan geliefert. Wegen der hohen Knickstabilität der Hartpapierhülsen sind vor allem empfindliche Pläne und Poster aus Papier gut geschützt. Durch einen Selbstklebestreifen lässt sich die pyramidenförmige Versandhülse einfach und schnell aufrichten. Generell eignet sich die Verpackung für alle langen und schmalen Packstücke wie zum Beispiel Regenschirme, Skistücke oder Stangen. Die stabile Wellpappverpackung lässt sich umweltfreundlich recyceln. Umweltbewusste Unternehmen aus Industrie, Gewerbe und Handel, die Wert auf ein nachhaltiges Verschicken legen, sind hier bestens bedient. Nummerierte Laschen erleichtern den Aufbau. Die Verpackung kann mit offenem Versand preisgünstig als Bücher- und Warensendung verschickt werden. Geschlossen wird sie über einen integrierten Steckverschluss. Dank der dreieckigen Form der Versandhülse lässt sich die aufgerichtete Verpackung ideal stapeln, ohne zu verrutschen. Das Archivieren von Unterlagen ist dadurch platzsparend und übersichtlich möglich. Den Link zu unserem Produkt finden Sie unten im Text. Weitere Varianten und Produkte finden Sie in unserem Online-Shop.